Ich bezahle alles, was du in 10 Minuten tragen kannst und das Ganze in der Spielzeugladen-Edition. Was haben die drei eingesammelt? Wie viel Geld muss ich ausgeben? Deine Zeit läuft ab jetzt. Die kosten 5,01 Euro. Oha! Bruder, das ist krass. Das ist schwer. Hau rein! Anton, du bist da vorne lang. Nicht stolpern! Fredrik, du gibst hier alles. Bruder, was ist das denn jetzt hier? 2.097 Euro.